Grüß euch miteinander, herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe von Sommertv. Für die heutige Sendung haben wir uns auf die Suche nach einem perfekten Outfit für 2011 gemacht. Könntest du nicht mehr sagen, was im Sommer 2011 in der Mode ist? Ja. Nein. Ähm... Kleider? Ja. Ich weiß nicht. Susan, könntest du nicht mehr sagen, was im Sommer 2011 in der Mode sein wird? Ja, ja. Rock und Strömung. Ja. Super. Den Sommer sind wir in der Waldwärm. Ein ganz wahres Insel. Äh... Moment, wenn wir uns das anlegen. Ja. 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 auf www.summerlager.ch